Raphael van der Vaart und Estavana Pohlmann freuen sich über dieses süße Mädchen. Sie heißt Jesslyn und ist schon jetzt eine kleine Prinzessin, wie die Mama stolz auf Instagram verkündet. Jesslyn wiegt leichte 2910 Gramm und ist 47 Zentimeter groß. Über den Nachwuchs freut sich auch Raphaels elfjähriger Sohn Damian. Der hat Estavana mittlerweile auch als zweite Mama in sein Herz geschlossen. Die drei feiern bereits das Weihnachtsfest zusammen und verkünden auch im Dezember die Schwangerschaftsnachricht von Estavana gemeinsam auf Instagram. Das Familienglück im Hause Van der Vaart scheint perfekt. Auch Raphaels Ex und Mutter von Damian, Sylvie Mais, gratuliert den frischgebackenen Eltern. Sylvie scheint ihrer Beziehung mit Raphael van der Vaart aber auch nicht mehr hinterher zu trauern. Sie ist inzwischen glücklich verlobt mit dem aus Dubai stammenden Geschäftsmann Shabel Awad. Vielleicht krönen die beiden ihr Liebesglück ja auch bald noch mit einem Kind. Die Moderatorin hat jedenfalls schon mehrmals angekündigt, dass sie sich ein weiteres Kind sehr wünschen würde.